Und darum macht PvP zur Zeit keinen Spaß. Du siehst nicht, gegen was du kämpfst. Du musst gleich oben rechts in diese kleine Ecke schauen. Wieder Zoom-Packs, okay. Rauswechseln dauert ewig. Ah, diesmal habe ich nicht die Animation, wo ich ständig den Ball werfe und das Pokémon kommt. Im Grad, wo ich nicht aufgenommen habe, da war das so. Gut, Leben, Bruder, ist okay. Schauen wir mal, ob das halbwegs vernünftig wird. Weil vorhin, wie gesagt, immer die Animation, ich werfe den Ball, dein Pokémon kommt raus. Du siehst nicht, gegen was du kämpfst. Ich muss warten, bis er reinwechselt oder bis sein erstes Fisch K.O. ist. Weiß nicht, da hätten sie es auch gleich offline legen können. So, jetzt sehen wir endlich mal unseren Gegner. Auch ein Togekiss, gut. Ich kriege nochmal eine Hystropumpe ab, bevor es drauf geht. So, ich präsentiere die Animation. Ah, so läuft der Hase. Solange ich aufnehme, ne, doch, da kommt sie, endlich. Ja, es stört ja auch gar nicht, diese nervige Animation, dass ich immer... Wenn noch so viele Pokémon reinkommen würde, wie ich Pokébälle werfe, dann wäre ich ja schon längst durch mit der Nummer. Weil, dann kannst du mich ja quasi gar nicht besiegen, weil ich mehr als mit drei Pokémon kämpfe. Aber nein... Achso, ich entschuldige mich übrigens nicht für dieses Getippe aufs Handy, weil das regt einfach gerade tierisch auf. So, was haben wir jetzt noch? Achso, mein Hund im Mund. Oh, jetzt haben wir endlich mal einen Vorteil. Endlich mal. Ich habe sogar noch ein Schild. Na, wird das noch was? Ja, das wird noch was. Könnt ihr mal gerne Bescheid geben.